Achtung, Achtung, es geht weiter mit Infection-Free-Zone. Nicht wundern, Leute, nicht wundern, es geht weiter. Ich muss nur leider den Spielstand durchstarten, weil... Oh, guck mal, das ist auch ein geiles Gebäude, ne? Weil, äh, Inkompatibilität des Safe Games und es gab heute noch mal ein Patch, auf den wollte ich warten. Also das Nahrungssuchen und so ist jetzt alles ein bisschen besser geworden. Äh, na gut, hier sind wir. Ich wollte jetzt nicht ohne euch irgendwie weitermachen und dann erst wieder nach den ersten 30 Minuten anfangen. Also ich wollte jetzt mit euch zusammen noch mal anfangen. Also wisst ihr Bescheid, ich hatte eigentlich noch eine Folge zusätzlich aufgenommen, nach der letzten, aber dann sind wir im Winter, ich weiß nicht, ob ihr das noch in der ersten Folge gesehen habt, Gebäude verschwunden und zwar hier. Die sind alle verschwunden, auch die Uniklinik, äh, äh, Uniklinik, Entschuldigung, die, äh, Dingens-Universität. Die Uniklinik ist ja da unten. Ähm, und das war irgendwie auch merkwürdig. Hätte ich wahrscheinlich sowieso noch anfangen müssen. Ist alles noch sehr buggy, deswegen willkommen zurück. Zweite Folge, noch mal ein Start, aber keine Sorge, wir sind sowas von schneller. Ich habe nämlich schon mal, äh, geguckt, ob es auch funktioniert und, äh, ja. Los geht's. Willkommen zurück. Bla bla bla. Kanal stumm schalten. Kennen wir schon alles. Das Poppelsdorferschloss muss gehalten werden. Sehr gut. Können wir direkt ein bisschen looten? Squad 1. Gruppe Lappen wird gegründet. Gruppe Lappen, Einsatzbreit. So. Jetzt wollen wir direkt die nächste. Die schicken wir auch da rein. Gruppe Lancelot. Hier ist Gruppe Lancelot, Einsatzbreit. Die haben auch jetzt alle, äh, deutsche Namen. Kerstin Brandt, Johann Lorenz, Ursula Fischer, Jürgen Hahn. Das würde mich nicht wundern, wenn ein Zuschauer genau so heißt. Tobias Schubert, Anja Huber, Lotte Hahn und Anneliese Meier. Das sind auch so Mainstream-Namen, oder? So, los geht's. Wir wollen direkt mal, ähm, Holz sammeln. Holzer. Buh wäre. Und wir können jetzt auch in der Mitte vom Gebäude abbauen. Richtig gut. Das heißt, wir können auch die Antenne in die Mitte bauen. Also, ist super, dass wir sowieso nochmal neu anfangen. Guck mal, ich habe morgen Geburtstag. Schon wieder. Das wäre dann jetzt das dritte Mal. Also, neben dem echten, den ich hatte. Wir haben jetzt ja noch, jetzt den 13. April. Den echten 13. April. So, das haben wir. Oh, jetzt sind aber wenig am abbauen, oder? So. Aha. Geht doch. Los, alle mal raus, arbeiten! Oh mein... Ja. So, wir können jetzt ein Labor bauen hier rein. Das wäre aber sehr teuer, und zwar... Pro 100 Quadratmeter. Wie viele Quadratmeter sind das? 2.366 Quadratmeter! Das wären 100, ne? Das ist ein bisschen zu teuer. Deswegen machen wir ein kleines, und zwar zwei Stück hier rein. Das hatte ich nämlich jetzt gerade in der Testrunde gemacht, und das war super. Äh, da müssen wir jetzt mal gerade noch, ähm... Ah, fünf Bauherren. Okay, ne, läuft. Alle, Mann, weiter, Holzhacken! Ist da noch was drin? Ah. Äh, können wir das noch vielleicht muten? Ist auf jeden Fall... Irgendwie sieht's doch besser aus. Fühlt irgendwie so gefühlt. Echt? Clear! Steh ins Schloss! Hier bleiben sie denn. Ist es doch irgendwie schwerer geworden. Also mehr Zombies. Äh, Untote. Äh, Infizierte. Entschuldigung! Ja, nimm das hier minderwertig. Guck mal, jetzt haben wir schon den 2. Mai. Wo ist der 2. April hin? Hat man eben nicht noch den 1. April? Infected incoming! Na gut. Ich stelle mal keine weiteren Fragen. So, als erstes. Hier, wir jetzt direkt ein Auto suchen. Jetzt mal die Straßen hier ab. We're on the move. Ready for action! On my way! Hoffen, dass wir fahrbare Untersätze finden. Weil das ist schon ein... Ein riesen Unterschied von Tag und Nacht. Äh, freundliche Absichten. Egal ob man weiß, die sind Feinde. Ich will einfach zeigen hier. Wir sind nicht von Anfang an die Arschgeigen. So, das letzte Auto war hier. Sie stehen an den gleichen Locations. Das ist ja geil. Ich meine, hier sind sogar 2 Autos dann. Na, ran da. Jetzt gucken wir mal gerade. Und das ist das nächste. Jawoll! Sonst können wir hiermit noch mal direkt schon mal ein bisschen Sprit holen. Und die andere Gruppe... Holt das Auto da unten. Ich glaube, hier oben ist sonst nichts. Sehr schön. Jawoll! Läuft doch! Wie schnell wir jetzt sind, ne? Ach so, scheiße. Wo sind die denn? Da. Bist du feindlich geworden direkt. Noch eine Hostel Group. Ich will jetzt direkt mal angreifen. Geil. Pistolen. Sehr gut. Schnell nach Hause. Jetzt haben wir auch wieder den Nach-Hause-Knopf. Der irgendwie gefühlt gefehlt. Wir sind auch so infektiv hier. Wir sind auch so infektiv. Oh, jo, 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 jo. Oh nein, unser Forschungszentrum wird angegriffen. Wieder zurück. Bonn, das Zentrum der Menschheit wird wieder aufgebaut. Der Meinerführung erstrahlen wir zu neuem grandiosen Imperium. Aber was ist mit der Wiederherstellung Deutschlands? Nein! Nein! Wir gründen Imperialis Maxima. Äh, Aldemaricus Maximus. So heißt dann das neue, äh, denn... Aber heißen sie nicht Aldemar? Nein, nein. Das hat damit nichts zu tun. So, jetzt als nächstes Humble Waffen glaube ich, oder? Ich will erst noch mal noch 10. Okay, erst mal, erst mal. Okay, los geht's. Und zwar haben wir hier unten diese Konservenhäuser. Auch beim letzten Mal. Die machen wir jetzt direkt leer. Dann haben wir die nämlich erledigt. So, jetzt müssen wir... Jetzt gehen wir noch ein bisschen Metall sammeln. Weil ich will mal gern Stacheldraht aufbauen. No more to find. Yeah! Er ist es fertig. Chief, we found a few bodies. Must have been the Raiders. No more to find. The infected got them, but they left some guns and ammo. Ja, unser Glückstag. Lucky yes! Building adapted. So, jetzt brauchen wir Forscher. Müssen wir mal aufpassen, dass die auch da drin sind. Drei Stück. Bisschen wenig, ne? Aber besser als nichts. So, und jetzt Antenne. Und wir holen hier auch mal ein bisschen mehr Forschung raus, glaube ich. Was ist jetzt los? Ja, diese Häuser hier sind furchtbar. Vier Pistolen, nicht schlecht. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Roger. Going there. Research complete. Now we're ready to build an antenna. Yeah. So, die können wir jetzt genau in die Mitte setzen. Richtig gut. Können wir so machen, oder? Machen wir so. We're missing resources. Okay. We're missing resources. Okay, sehr gut. The med bay sounds like a good idea. We'll think of that. Building clear. Search done. Head back to your shelters. Search done. Boah, sieben. We're on the move. On my way. Going there. Going there. Hä? Guck mal. Boah. Muss man ja nicht verstehen, gell? We're on the move. Waiting orders. Going there. On my way. On my way. Diese Autos. Roger. Roger. So. Reporting. On my way. Receiving. Ready for action. Clear. So. No more to find. Building clear. Jetzt müssen wir gleich mal die Universität da oben looten. Das ist die, ähm... No more to find. Building clear. Fachschaft Geografie Uni Bonn. Enemy Group approaching! Construction complete. Chief, the antenna is now operational. Let's broadcast an invitation as a test. Okay. Let's start broadcasting. Going there. To all survivors. This is an infection free zone. We provide food and shelter, safety and security. Join us. Man, diese Gebäude hier. Was sind wir denn so voll? Ach, wir sind so voll. Oh, scheiße. Wir müssen zurück. Ach du Scheiße. Ich glaube, wir brauchen noch eine Gruppe, oder? Das ist Gruppe 3. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wie viel Gebäudeenergie wir schon verloren haben. Oh, die rennen einfach durch. Mein Gott, Walter. Ah, was ist denn los? Das ist Nacht 2 oder 3. Mein Gott, Walter. Wir müssen mal so ein Gebäude abreißen. Wie viel kriegen wir dafür? Jawohl. Weil das Reparieren kostet jetzt schon echt viel. Was ist das hier? Die Inspekte haben wir ein Gebäude verletzen. Das ist voll. Das ist voll. Operator. Das ist groß. In einer der Hausten haben wir zwei extrem schmerzen Inspekte getötet. Als sie unten waren, haben wir gesehen, dass es ein Kind dort gab. Ein lebend, infektiver Kind. Es muss nicht älter als drei sein. Es fuhr auf alle vier, wie ein Tier, und fuhr in den Säuren, bevor wir ihn bekommen konnten. Oh, für die Liebe von Gott, wenn sie sie multiplieren können. Ich will nicht mehr denken, was passieren wird. Oh, Mann. Suchaktion. Okay, jetzt müssen wir den mal da wegmachen. Ich mach nochmal die Antenne. To all survivors, this is an infection free zone. Ready for action. We provide food and shelter safety and security. Jawohl. Oh, da sind welche. Hallo? Let's do it. We're on the move. Wir haben Leute gesehen. Akzeptieren. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt mal zu den Autos. Warte mal. Habe ich noch ein anderes Auto gefunden eben? War denn der LKW eigentlich? Der war irgendwo da oben, ne? Wir müssen eigentlich nochmal... Na egal. Machen wir erstmal mit den zwei Autos. Wir gehen da. Operator, roger. Warte. 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 Luter. Bitte. Mehr Luter. So, wie viel haben wir denn hier? Okay. Wir machen jetzt mal... Metalltürmer. Ich wollte richtig Metalltürme machen. Machen wir erstmal hier unten die Haupttürme. Zwei Stück. Ja. Das ist ein bisschen... Warte mal. Ein bisschen Symmetrie geht ja schon, oder? Ein Fenster. Ein Fenster, Platz. So. Ja, ungefähr. Das sind jetzt zwei Eger. Guck mal, das Auto war mal rot. Und das war auch mal rot. Wie flessen haben wir denn? 30. Meine Güte. Trotzdem immer noch sehr wenig. Versuche ich jetzt die Nacht so gut auszunutzen, wie es geht. Okay. Okay. Jetzt, wenn wir mit einem mal ein bisschen erkunden fahren, noch ein Auto finden. Ich fahr mal nach da. Roger. Der macht mal, ne, die Uni macht mal zusammen. Jetzt los. Das muss ja hier irgendwo sein. Naja, wir sind ja eh da am langfahren. Okay, die lassen wir, sollen da halt rumballern, mir doch egal. Ihr Lappen, wir können nicht schießen. Wir fahren direkt hier hoch. Ich hab noch vier Benzin. Das ist der LKW immerhin. Geh wieder zurück. Muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Was ist denn da los? Achso, das ist die Antenne. Ach, Autofraxis können auch abgebaut werden. Okay. So, das bringen wir jetzt mal zurück und die machen sich den LKW mal startklar. Oh, zwei Gruppen sogar. Machen wir es mit denen hier. Get the LKW now, come on. Into the tunnel, into the boat. Get to the chopper. Scheiß drauf. Das ist Sprit, nicht. Ich hab schon wieder geguckt. Das ist Sprit, nicht Fahrzeugzustand. Meine Güte. Scheiße. Die schießt nicht zurück. Mein Gott, Walter. Und die kämpfen gegen Zombies. Okay, die greifen wir jetzt nicht an. Ich glaube, das ist ein besseres. Das ist nochmal ein normales Auto. Okay, nicht verfolgen. Erstmal zurück. Mann, ärgerlich. So, Ursula Winkler. Das läuft doch jetzt nicht rein, na? Ja, der LKW ist gefährlich langsam. Hat der gerade Sachen aufgesammelt beim Fahren? Interessant. Okay, so. Jetzt müssen wir, ähm, noch mal ein bisschen sammeln. Machen wir die Bäume alle rundherum erstmal weg. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir Metall hier weg sammeln. Drumherum, so. Und dann sammeln wir auch nochmal ein bisschen Ziegel. Das sind auch nochmal viele Ziegel. So. So, und jetzt gehen wir als nächstes die Universität bündern zu dritt. Da gehen wir mal hinlaufen. Ach du Scheiße. Nein. Mann, nur weil ich es so eilig habe. Oh Mann, ey. Ganz ruhig bleiben. Und los. Tut mir leid. Ich bin ja bald an dem Punkt, wo ich nicht mehr so rasen muss. Aber wir sind jetzt schon nach 20 Minuten weiter, glaube ich, als bei unserem letzten Spiel stand. So. Erstmal plündern. Das gibt's noch nicht. Scheiße, ich wusste es. Gut, das sind alles Level 1er noch. Wir haben Verschleiß. Verschleiß mal, der Verschleißige. Das geht. Bevor wir. Vor vor. Rogem. Federische. Wir auf bzw. Wir auarzten. Wir gehen zum den individuals. Vereland. Auf meiner Wegheirat. Bevor wir, wir schauen mal. Wir machen es. Federكم, wir machen es. Auch wieder merkwürdig, guck mal, wie wir wieder langlaufen. Ja, wir haben neun Pistolen. Zwei, achso, insgesamt. Da sind nur zwei Typen in den Turm, nicht vier. Was ist denn immer vier? Oh nein! Oh, wir haben sieben Forschungen insgesamt, das habe ich gleich mitbekommen. Wir machen erstmal Landwirtschaft, weil, äh, ja, das ist wichtig. Was haben wir denn? Wir haben Holz, sehr viel. I have a bad feeling about this, okay. Bereit machen. Wir werden verteidigen. LMO, LMO! Das Schloss muss gehalten werden! Achso, ich bin gar nicht auf schnell, Entschuldigung. Warum passiert denn hier nichts? Guck mal, ja, läuft doch! Ja, wir haben ein paar Tote, das ist halt ein bisschen tot. Äh, wir müssen nochmal Leute einladen jetzt. Ich muss da ja nochmal draufdrücken, bevor die kommen. Okay. Ich muss da jemanden, wir brauchen Hilfe. Warte, wir wollen ja, wir wollen ja immer noch, ja, einladen. Wie viele? Ach, ich mache einfach Adresse. Zu uns kommen. Ach, schaffen wir es nicht so weit. Oh Gott, ist vielleicht doch ein bisschen weit. Zeigen wir es denen. Dann nehmen wir es nicht so viele, wie wir können, bevor wir fallen. Let's do it. Let's do it. Ready for us? Dies ist Operator der Safe Zone, wir werden angegriffen, wiederhole. Standort. Hören Sie mich. Sir, Sir, nichts sagen. Sir. Zuhören. Wir können Hilfe senden. Zuhören. Okay, ich glaube, denen geht es nicht so gut. Aber wir sind halt die bessere Safe Zone. Ja, Amateure. Sir, das Signal ist sehr weich. But it must be originating from some location near by. Operator. If we search the nearby areas by checking the signal strength, we might find its origin. Äh, so, warte mal. Ich glaube, wir bräuchten... Warte, ich guck erst mal gerade. Okay. Okay. Okay, pass auf, wir brauchen... ...noch mehr Metalltürme. Jetzt brauchst du nur die Ecke mal safen hier. Zack. Zack. So, eigentlich würde ich die Ecke auch direkt safen. Wir machen erst mal die Türme da oben. Aha, da ist die andere Safe Zone. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Das hat man, glaube ich, in der Beta und so gar nicht gehabt. Das ist nämlich jetzt neu gewesen. Ich muss jetzt mal wieder langsam spielen. Das ist jetzt alles viel zu... Wir fahren da mit allen hin. Alle mal einsteigen. Konvoi bereit machen. Konvoi bereit machen. Konvoi wird ausfahren. Konvoi, Konvoi unterwegs. Ich wiederhole. Hier Zentrale. Konvoi, Lappen unterwegs. Bestätige. Ich überlege gerade, ob ich... ...vielleicht mit dem hier lieber... ...benzin fahren. Obwohl, wir haben genug Benzin. 3,8. Das kann doch auch sein, dass es Benzin ist, was in den Autos ist. We're on the move. Komm, wir... ...looten mal lieber hier gerade ein bisschen. Fahr mit den zwei... ...mit den schnellen Scouts. Ich bin mal gespannt, was ist. Ich muss mal abspeichern. Meine Güte. Ein Pickup, guck mal. Oh yeah. Das Signal ist weaker over here. Let's search elsewhere, quickly. Operator. Ready for help? Acknowledge. Okay. Okay. Let's do it. Guck mal, da kommen die Überlebenden. Das schaffen die. Die schaffen das. Warte, wir gehen mal zurück zum LKW. Research complete. Ah, die schaffen das gut. Sir, das Signal ist ein bisschen stärker over here. Wenn wir die nahe Gebäude suchen, können wir die Grundsatz der Transparenz... Entstanden. Schau dir selbst. Ready for action. Going there. Okay. Jetzt wird's nachts. Receiving. Let's do it. Okay, die gehen da. Roger. Let's do it. Scheiße. Willkommen. Oh, die hatten gecaynt. Sehr gut. Let's do it. It's powered by solar panels that were occasionally catching some light. Maybe we could try to use solar energy too. Receiving. All right. Let's try. Ja, stimmt. Warum? Für brauchen wir überhaupt solar energy? Roger. Reporting. Let's do it. Die Nacht fängt jetzt erst an. Also bleiben wir lieber im Haus. Krass. Da haben die nochmal drei Pistolen und nochmal... Ach ja. Okay. Ready for action. So, wir gucken jetzt mal gerade. Ja, wir fahren nach Hause. Roger. Ich glaube, das Auto jetzt nicht liegen. Horten. Ist es aber. Kann ich jetzt einfach so... Ne, ausgießen. Brennstoff aus dem Brennstofftank ausgießen. Ne. Wir haben doch genug. Okay. So, wir haben drei Squats. Es wird schon wieder hell. Okay. Kann ich denn das Auto jetzt nochmal auffüllen? Scheiße, wie ging das denn nochmal? Ähm... Ähm... Hä? Hier ist es doof. Ja, ich weiß, ein bisschen doof bin ich auf jeden Fall. Der lootet jetzt mal da weiter. Und der stimmt mal da rein. Mach die Häuser mal weg. Kein Austausch. Achso, warte mal, kann ich jetzt ein Sprit in die Hand nehmen? Aha, okay, ich habe verstanden. So, der antwortet nicht, deswegen können wir das umschalten, das haben wir ja schon am Anfang gehört. Wir haben 17 Pistolen, 17! Okay, was auch immer. So, wir müssen jetzt mal die Türme fertig bauen, das ist wichtig. Die Türme müssen gebaut werden. So, Leute, das war die erste, zweite Folge. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei den Faction-Free-Zone. Und ihr seid die Besten, bis dahin wie immer. Haut rein, Leute! Und ihr habt schon wieder rein. Und ihr habt uns über den Ihre Weise unhappy. Yeah, jetzt ist es das irgendwie gespannt. Und ihr habt's, was vielleicht in der Türme, einen Er위 und um inputt. Und ihr habt eine women- Teenagern Ende.